Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben. Von Ronald Reng. Prolog. Die nachlassende Kraft der Poesie. Sie hätte gerne ein Gedicht, sagt Teresa, und für eine Sekunde, die eine Ewigkeit dauert, wird es still im Haus. Robert Enke sieht seine Frau fragend an, unsicher, ob sie das ernst meint. Ein Gedicht soll er ihr zum Geburtstag schenken? Das wäre doch mal schön, sagt Teresa beiläufig und denkt schon bald nicht mehr daran. Er dagegen wird die Idee nicht mehr los. Es ist einige Jahre her, seit er das letzte Mal ein Gedicht gelesen, geschweige denn geschrieben hat. Er versucht sich daran zu erinnern. Ein Gedicht, findet er, muss sich reimen. Ein schönes Gedicht, glaubt er, sei wie ein angedeutetes Lächeln mit feinem Humor zwischen den Zeilen. Mit dieser Idee im Kopf beginnt Robert Enke zu schreiben. An manchem Nachmittag lügt er Teresa an, er ginge kurz in sein Büro, Steuerunterlagen abheften, Banküberweisungen erledigen. Dann sitzt er mit Kugelschreiber und einem Schmierblatt am Schreibtisch. Der Blick schweift in den Garten. Ein einziges riesiges Fenster bildet die Rückseite seines Büros. Es ist ein behagliches Gefühl, wenn im Frühling die Sonnenstrahlen durch die Scheibe auf ihn fallen. Jetzt, im Winter allerdings, ist es am Schreibtisch weniger angenehm. Die Heizung in seinem Büro funktioniert nur leidlich. Ihr Haus in Empede auf dem flachen niedersächsischen Land ist ein umgebauter Bauernhof. Sein Büro war der Stall. Krumm und ruppig sehen die Worte aus, die er auf das Papier bringt. Er benutzt die wertvollen Finger eines Fußballtorwarts nur selten zum Schreiben. Doch in seinem Kopf formen sich die Worte immer schneller zu reimen. Eine Freude ergreift ihn. Nicht so flutartig wie das Glück, wenn er einen schwierigen Schuss über die Torlatte lenkt. Eher sanft, aber doch so intensiv, dass Robert Enke immer mehr schreiben muss. Im Büro, im Hotel am Abend, vor einem Bundesligaspiel, auf Schmierzetteln, auf Rechnungsrückseiten. Manchmal, wenn er kein Papier zur Hand hat, tippt er seine Einfälle ins Handy. Als der große Tag, der 18. Februar 2009, gekommen ist, hat er ein Gedicht mit 104 Zeilen geschrieben. Er gratuliert Teresa noch im Bett zum Geburtstag. Während sie ins Bad geht, schleicht er hinaus in die Diele und lässt die Hunde ins Freie. Sie haben neun, dazu zwei Katzen. Teresa hat sie in ihren Jahren in Südeuropa auf der Straße aufgelesen. Zu ihrem vorherigen Geburtstag wünschte sie sich ein Hausschwein. Er entschied sich, es für einen Witz zu halten. Er zündet im Wohnzimmer Kerzen an. Lass uns das mit den Geschenken doch heute Nachmittag machen, wenn wir mehr Ruhe haben, sagt Teresa, als sie hereinkommt. Er schüttelt den Kopf, es dauere nicht lange. Er bitte sie, sich doch nur kurz an den alten Bauerntisch zu setzen. Er drückt sie sanft an den Schultern auf den Stuhl und hört dabei nicht auf, vor Vorfreude zu lächeln. Dann nimmt er auf der anderen Seite des Tisches Aufstellung. Er legt sein Gedicht vor sich, aber er spricht frei. Zum Geburtstag, was soll es sein? Ein Diamant, ganz groß und rein? Oder doch die Uhr vom Juwelier? Bielert ist nicht teuer, Glaube, mehr. Doch sie wünscht sich ein Gedicht, mir treibt's ein Lächeln ins Gesicht. Endlich mal nicht groß, viel, teuer. Trotzdem ist es mir nicht geheuer. Teresa ist still vor Glück. Strophe für Strophe trägt er ihr halbes Leben vor. Der Umzug nach Empedde, ihre Tierliebe. Auch der Tod ihrer Tochter Lara, die mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kam und mit zweieinhalb Jahren nach einer Operation starb. Dann kam Lara mit halbem Herzen, das bereitete uns Schmerzen. Doch sie war stark und man bedenke, es handelt sich um eine Enke. Als sein Vortrag zu Ende ist, hat Teresa Tränen in den Augen. Sie sagt nur einen Satz. Bitte lies es mir noch einmal vor. Er beginnt von vorne, alle 26 Strophen, 104 Zeilen. Am Ende reimt er Robert Enke ist 31, Torwart der deutschen Fußball-Nationalelf, stark, frohen Mutes, glücklich. Es wird der letzte Geburtstag sein, den Teresa mit ihm erlebt. Am Dienstag, den 10. November 2009, ruft er Hallo Ela aus der Küche, als die Haushälterin um 9 Uhr zu ihnen kommt. Er gibt seiner zweiten Tochter Layla, die zehn Monate alt ist, einen Kuss auf die Stirn und verabschiedet sich von Teresa. An der Magnettafel in der Küche hat er sich mit Filzstift notiert, was noch alles zu erledigen ist. Vier Karten für das Bayern-Spiel. Dann ist er aus der Tür. Er habe zweimal Einzeltraining, morgens mit dem Fitnesstrainer, nachmittags mit dem Torwarttrainer von Hannover 96. Gegen 18 Uhr werde er zurück sein, wie immer. Das hat er Teresa gesagt. Aber es ist kein Training an diesem Dienstag verabredet. Ich erreiche ihn kurz nach halb eins auf seinem Handy im Auto. Doch er ist kurz angebunden am Telefon. Natürlich, er ist im Auto zwischen den zwei Trainingseinheiten, denke ich. Er will sicher zum Mittagessen ins Espada oder ins Heimweh, wie immer. Ich rufe dich heute Abend zurück, Ronny, okay, sagt er, und ich erinnere mich nicht mehr, wie er sich verabschiedet. Und abends rufen dann nur viele andere Leute bei mir an. Sein Selbstmord an diesem frischen Herbstabend vereinte Menschen, die ihm nahe waren und Leute, die seinen Namen nie zuvor gehört hatten, in jenem Zustand, wenn man sich innerlich roh wie aufgerissen fühlt. In den Tagen danach grenzte die Anteilnahme oft an Hysterie, dass in London die Times Robert Enke die halbe Titelseite widmete, in China das Staatsfernsehen in den Hauptnachrichten berichtete und die Nachrichtenagenturen die Zahl der Gäste der Trauerfeier wie Rekorde verkündeten, so viele wie noch nie in Deutschland seit Bundeskanzler Konrad Adenauers Begräbnis. Solche Dimensionen waren nur noch damit zu erklären, dass heutzutage alles, auch der Tod, zum Event wird. Im Innersten aber blieb ein echter Schmerz, eine tiefe Lähmung. Robert Enkes Tod offenbarte den meisten von uns, wie wenig wir von dieser Krankheit Depression verstehen. Den anderen von uns, und das waren erschreckend viele, wurde schlagartig bewusst, wie wenig wir über Depressionen sprechen können. Genau wie Robert Enke hatten sie immer geglaubt, ihre oder die Krankheit eines Familienangehörigen verheimlichen zu müssen. Welche Kraft muss diese Krankheit besitzen, wenn sie einen wie Robert Enke in den Trugschluss lockt, der Tod sei eine Lösung? Welche Finsternis muss ihn umgeben, wenn ein einfühlsamer Mensch wie er nicht mehr erkennt, welches Leid er anderen mit seinem Tod zufügt, und denen, die er liebt, genauso wie dem Lokomotivführer, vor dessen Zug er sich an jenem Novemberabend stellt? Wie lebt es sich mit Depressionen oder nur mit der Ahnung, sie könnten jeden Moment wiederkommen? Mit der Angst vor der Angst? Die Antworten wollte Robert Enke gerne selber geben. Er wollte dieses Buch schreiben, nicht ich. Wir kannten uns seit 2002, ich berichtete gelegentlich für Zeitungen über ihn. Auf einmal lebten wir in derselben Stadt, Barcelona. Wir trafen uns immer öfter. Irgendwann sagte er, ich habe ein Buch von dir gelesen, fand ich super. Ich errötete von dem Lob und antwortete panisch, nur um mit etwas vermeintlich Keckem dem Gespräch schnell eine andere Richtung zu geben. Eines Tages schreiben wir gemeinsam eines über dich. Meine Verschämtheit wuchs, als ich merkte, er verstand meinen spontanen Spruch als ernsthaften Vorschlag. Danach erinnerte er mich immer wieder einmal an unser Projekt. Ich habe mir Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Heute weiß ich, warum ihm die Biografie so sehr am Herzen lag. Wenn seine Torwartkarriere vorbei war, würde er in der Biografie endlich von der Krankheit erzählen können. Ein Torwart, der letzte Halt, darf in unserer Leistungsgesellschaft nicht depressiv sein. So wandte Robert Enke ungeheure Kraft auf, um seine Depressionen geheim zu halten. Er sperrte sich in seiner Krankheit ein. So muss ich seine Geschichte nun ohne ihn erzählen. Viele haben seinen Tod falsch verstanden. Er habe sich umgebracht, weil er sein Leben nicht mehr aushielt, welch ein Missverständnis. Die meisten depressiven Menschen, die einen Selbstmordversuch begehen, wollen nicht sterben. Sie wollen nur, dass diese Finsternis endlich verschwindet, die ihre Gedanken bestimmt. Robert Enke ging es wohl nicht anders. Wenn du nur einmal eine halbe Stunde meinen Kopf hättest, dann würdest du verstehen, warum ich wahnsinnig werde, sagte er einmal zu Teresa. Teresa hat noch an die Kraft der Poesie geglaubt, als ihn die Depression im Spätsommer 2009 erwischte. Schreib mir doch mal wieder ein Gedicht, sagte sie ihm am Telefon, als er Anfang September in Köln auf einem Lehrgang der Nationalelf im Hotelzimmer lag und die Angst vor dem neuen Tag, die Furcht, irgendjemand erwarte irgendetwas von ihm, ihn nicht aus dem Bett kommen ließ. Abends schob er einen Stuhl auf den Balkon seines Hotelzimmers und Robert Enke dichtete wieder auf dem Handy. Sitze auf dem Balkon, mein Kopf ist ein Ballon, so schwer wie Blei und Stein, das kann doch so nicht sein. Er spürte die Freude nicht mehr, die schöne Worte auslösen können, die Zufriedenheit, die es verschafft, Gedanken aufzuschreiben. Sein Gedicht war ihm gleichgültig. Auch in seinem Tagebuch, das er während seiner Depression führte, wurden die Einträge immer knapper, je heftiger die Krankheit ihm zusetzte. Auf der letzten Seite steht ein einziger Satz in riesigen Buchstaben. Es sollte vermutlich eine Mahnung an ihn selbst sein, aber heute liest sich sein Satz wie eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns. Vergiss nicht diese Tage. Eins. Ein Glückskind eigentlich. An einem Sonntagnachmittag ging Robert Enke zum Jenaer Westbahnhof und begann zu warten. Der Fernzug aus Nürnberg fuhr ein, Passagiere stiegen aus und er ließ sich keine Enttäuschung anmerken, als sie alle an ihm vorbei vom Gleis gingen. Er wartete weiter. Zwei Stunden später traf der Vorabendzug aus Süden ein. Wieder ließ er alle Ankommenden gespielt beiläufig an sich vorbeiziehen. Es war Winter, Dezember 1995, nicht die optimale Jahreszeit, um im zugigen Bahnhof den halben Sonntag den Zügen hinterherzuschauen. Er entschied sich, bis zur nächsten Zugankunft ins Kino zu gehen. Er lebte noch bei seiner Mutter im Plattenbau in der Lieselotte-Hermann-Straße. Vor vier Monaten war er 18 geworden, ein Alter, das fast jedes eigenwillige Verhalten entschuldigt und in dem, nach eigener Meinung, sich doch eigentlich immer nur die anderen eigenartig verhalten. Teresa kam sonntags immer mit dem letzten Zug aus Bad Winsheim ins Sportgymnasium nach Jena zurück. Auch in ihrem zweiten Jahr in Jena fuhr sie noch jedes Wochenende zu ihren Eltern nach Franken. Sie legte einen Schritt zu, um aus dem eisigen Bahnhof zu gelangen, als sie ihn auf der Bank entdeckte. Sie saß neben Robert in der Schule. Als sie, eine Fremde aus Bayern, anderthalb Jahre zuvor in die zwölfte Klasse des Sportgymnasiums gekommen war, hatte es nur zwei freie Plätze zur Auswahl gegeben. Alleine in der letzten Reihe oder neben Robert. Sie kamen gut miteinander aus, fand sie. Nur über seine Frisur würde sie an seiner Stelle noch einmal nachdenken. Seit er neben der Schule bei den Profifußballern von Carl Zeiss Jena trainierte, trug er die blonden Haare nach deren Modeverständnis seitlich kurz oben lang, wie ein Vogelnest auf dem Kopf. »Hallo, was machst du denn hier?« fragte sie ihn auf dem Bahnsteig. Es war nach 22 Uhr. »Ich warte auf jemanden.« »Ach so, na dann noch einen schönen Abend.« Sie lächelte ihm kurz zu und hastete weiter. »Mann«, rief er ihr hinterher, »auf dich warte ich natürlich.« Und zwar schon seit über fünf Stunden, erzählte er ihr kurz darauf, als sie im French Pub etwas tranken. Er hatte niemandem davon erzählt, dass er einfach einmal auf Teresa am Bahnhof warten würde. Seine Gefühle, seine wichtigen Entscheidungen machte er alleine mit sich aus. Noch wochenlang, während er und Teresa sich näher kamen, erzählte er seinen Freunden nichts davon. Es überraschte sie allerdings nicht, dass die beiden dann ein Paar wurden, dass Robert Enke auch das schaffte. »Wir unterhalten uns noch oft darüber,« sagt einer der Jugendfreunde, Thorsten Ziegner, »dass Robert ein richtiges Sonnenkind war, dem alles gelang, dem nichts aus der Bahn werfen konnte, der immer gut gelaunt war.« Immer zu viert waren sie damals. Mario Canopa, Thorsten Ziegner, Andi Meier und Robert Enke, den sie Enkus nannten, den sie weiter Enkus nennen, weil er für sie wie der von damals geblieben ist. »Aber doch,« sagt Andi Meier, »eigentlich denke ich das noch heute, trotz allem. Der Enkus war das Glückskind.« Er wuchs zwischen den Wäschestangen auf. Sie trafen sich nachmittags... Kembal- ... Vielen Dank.